Es ist Liebe auf den ersten Blick. Lässig steht er da, strahlt sie an. Da ist es um Laura geschehen. Sie weiß, mit ihm will ich in den Sonnenuntergang fahren. Doch mit nur einer Frage stellt die Verkäuferin das junge Glück auf die Probe. Haben sie schon eine Versicherung? Damit hat Laura nicht gerechnet. Aber auf ihren Vater ist in solchen Fällen Verlass. Lauras Vater weiß, dass eine Haftpflichtversicherung für den Roller in jedem Fall Pflicht ist. Sollte Laura mit ihrem Roller jemanden touchieren oder eine Sache beschädigen, dann übernimmt die Versicherung die Kosten dafür. Außerdem empfiehlt ihr der Vater, auch den Roller selbst zu versichern. Möglich wäre eine Teilkaskoversicherung. Damit ist Laura zum Beispiel vor Diebstahl geschützt. Oder aber sie nimmt eine Vollkaskoversicherung. Damit ist Laura zusätzlich auch abgesichert, wenn ihr Roller zum Beispiel umfällt. Um die optimale Versicherung zu finden, schlägt Lauras Vater vor, einen Termin mit ihrer Versicherungsberaterin zu vereinbaren. Gesagt, getan. Laura entscheidet sich für eine Vollkaskoversicherung. Jetzt steht dem ersten Date aber wirklich nichts mehr im Weg.